RatsTV heißt das neue Projekt von Radio Wieser TV und dem Dämmenhorster Stadtrat. Heute wird das zum dritten Mal gesendet und funktioniert ganz einfach. Kommunalpolitiker kommen zu uns ins Studio und berichten hier über ein Thema der nächsten Ratssitzung. Heute geht es um den Haushalt der Stadt. Zu Gast bei RatsTV ist heute Andreas Neugebauer von der Gruppe SPD Pirat. Herr Neugebauer, worum geht es in der nächsten Ratssitzung? Ja, wir haben jetzt endlich die Haushaltsratssitzung, die eigentlich im Februar stattfinden sollte, die wir verschoben haben. Die ist jetzt am kommenden Dienstag und da geht es jetzt darum, den Haushalt für 2017 für dein Haus zu verabschieden. Wieso hatte sich das Ganze eigentlich verzögert? Die Unterlagen, die wir bekommen haben, die waren nicht vollständig zu dem Zeitpunkt. Wir hatten das Problem, dass wir quasi im Zwei-Tages-Rhythmus Änderungslisten und neue Beiträge bekommen haben, sodass wir halt irgendwann auch komplett gar nicht mehr wussten, wo wir eigentlich sind. Und dann haben wir die Reißleine gezogen und haben gesagt, wir können das jetzt so nicht beschließen. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um das zu prüfen. Der Haushalt wirft ja immer wieder Fragen auf. Zum Beispiel gibt es auch einen Investitionsstau, wie wir alle gehört haben. Können Sie dazu mal was Genaueres sagen? Ja, das Problem ist, dass wir in den vergangenen Jahren immer schöne Investitionen beschlossen haben, die die Verwaltung dann aus diversen Gründen nicht termingerecht oder umsetzen konnte oder auch gar nicht erst angefangen haben, sodass wir inzwischen so eine Bugwelle von ungefähr 20 Millionen Euro vor uns herschieben, die wir eigentlich hätten ausgeben wollen für sinnvolle Dinge in den vergangenen Jahren, die da nicht zustande gekommen sind. Das hat uns jetzt ganz massiv eingeholt. Wird das auch jetzt Thema der nächsten Ratssitzung sein? Also ich denke ganz bestimmt, dass das in den Haushaltsreden, das sind ja die Generalabrechnungsreden der verschiedenen Fraktionen, wird das thematisiert werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Wobei wir inzwischen auch Wege gefunden haben, wo wir hoffen, dass wir es jetzt dieses Jahr abgebaut bekommen. Wir werden zum Beispiel einige Sachen extern vergeben, sodass die Stadt da nicht mehr so viele Ressourcen einbringen muss. Wo erwarten Sie denn jetzt die größten Konflikte bei der Ratssitzung? Ja, wir haben natürlich im Vorwege jetzt viele Dinge klären können. Ich glaube, es wird relativ konfliktfrei abgehen. Wir haben heute jetzt noch die letzten Beratungen im Verwaltungsausschuss, wo wir die letzten Sachen beilegen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Partei wieder zum Rundumschlag ausholen wird. Ja, da müssen wir dann sehen, wie wir damit umgehen. Vielleicht noch mal ein bisschen konkreter zum Haushalt. Was wird da eigentlich alles genau, also welche Gelder gibt die Stadt eigentlich genau in ihrem Haushalt aus? Ja, also man muss zum einen unterscheiden zwischen dem Investitionshaushalt und quasi dem laufenden Haushalt. Der Investitionshaushalt, das sind so Geschichten, wir bauen eine Schule, wir bauen eine Krippe oder eine Feuerwehr in Aspergen. Dann haben wir noch den laufenden Haushalt, wo es dann zum Beispiel darum geht, die Sekretärin in der Schule zu bezahlen oder solche Geschichten. Im laufenden Haushalt, die Mittel, die sind zu über 95 Prozent gesetzlich vorgegeben. Da gibt es gar nicht viel zu beraten. Das haben wir zu tun. Da kriegen wir zum großen Teil auch Zuwendungen vom Land und vom Bund. Und eigentlich geht es immer darum, Schwerpunkte bei freiwilligen Leistungen zu setzen. Zum Beispiel sind die Zuschüsse an eine Musikschule oder an ein Museum freiwillige Leistungen. Das müssten wir nicht tun. Und halt Schwerpunkte bei den Investitionen. Und da geht es eigentlich immer bei den Haushaltsberatungen darum, was wollen wir primär erreichen für die Stadt.